moin und willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder dabei seid und dann würde ich sagen weiter geht's nach dem intro wie ihr seht dreht sich das um das dji mic 2 ich habe jetzt ein komplett anderes set da kommen wir gleich noch detailliert drauf ich habe ja schon einige videos gemacht die ich verlinke euch oben unten links rechts mittig wie auch immer so eine tasche das ist jetzt der einen empfänger und ein sender das habe ich extra geholt und das ladecase die taschen beiseite die sind nicht schlecht um gottes willen ich will sie jetzt nicht schlecht reden wir sind zwei weiß ihr könnt das vielleicht nicht so gut sehen zwei innen taschen so dass man noch ein bisschen zubehör reinkriegt wenn ich jetzt nicht an diese tasche denkt die beim case dabei ist oder auch bei dem kompletten set ein empfänger zwei sender finde ich das auch schön ich verlinke euch die preise auf jeden fall unten in artikelbeschreibung sieht ja ganz gut aus hier sind die puschels einmal weiß und einmal ja anthrazitgrau wie auch immer zubehör kann man reinbringen reinpacken das finde ich auch sehr sehr gut ich habe das glück gehabt dass ich vom dji mic 1 bei jemand dass meine hand nehmen konnte ich finde das jetzt deutlich besser und wertiger ich will grundsätzlich auch das dji mic 1 nicht schlecht reden und wir können das ja mal öffnen das arretiert auch schön es öffnet sich so nicht das ist auch sehr sehr gut sieht man hier dass alles geladen ist im laufe des videos zeige ich euch wie man die fernware auf die sender und empfänger packen kann und wie man eine audio datei sich anhören kann am pc laptop macbook imac wie auch immer oder sie runter lädt ja warum habe ich mir dieses set so gekauft ein weißen und den schwarzen ist meine persönliche meinung ich wollte sonst haben dass ich für verschiedene situationen sowas habe da könnte man sagen ich kann so ein komplettes kauf und kraft das dazu wollte ich aber das ist ja nun meine persönliche sache ich brauche zum glück nur den usbc und mit einem anderen telefon kann man das auch mit nur mit bluetooth anschließen bei der gopro funktioniert das leider nicht ansonsten bei android oder ios kann ich das ganze mal mit bluetooth verbinden obwohl ich das persönlich besser oder schöner finde wenn ich den empfänger direkt per usbc an das smartphone anschließe gut jeder hat zu seiner eigenen erfahrungen gemacht oder macht sie ja mein fazit nach fast drei monaten es ist ein sehr sehr tolles hochwertiges set es gibt sicherlich gleich von rode oder wie sie alle heißen mögen sicherlich vielleicht das eine oder das andere etwas bessere system ist die frage ist es der preis auch wert für das was ich nutze persönlich reicht mir das vollkommen aus und ja es ich habe mich dazu entschieden es gehört zu meinem equipment dazu wenn ich videos mache oder podcast mache oder wenn man mal so ein gast hat eine umfrage starten möchte ich das auch ganz gut wir kommen jetzt mal dazu wie denn die seite aussieht auf dji wo man die fernware runterladen kann das ist jetzt die seite von dji und hier ich zoome ein bisschen ran könnte das vielleicht ein bisschen besser sehen hier ist eine anleitung dabei aber ich brauche sie nicht hier habt ihr die fernware ich habe schon mal eine geladen ich zeige es euch mal ich hole sie mal in die mitte des bildschirmes so sieht sie aus ich zoome mal wieder ein bisschen raus und die müsste dann einfach nur in den ordner schieben ich schließe jetzt mal einen an und dann seht ihr das ja ganz einfach mit usbc anschließen mit dem kabel und dann dauert das ein zwei sekunden dann müsste es leichter ich hole mal den ordner hier runter da seht ihr das heißt jetzt nur nehmen dann könnt ihr auch anklicken und dann seht ihr hier schon dass hier eine audiodatei ist ich schiebe mal den ordner weiter runter dann seht ihr das dann könnt ihr die einfach entweder hier abspielen oder zur weiterbearbeitung rausziehen geht auch wunderbar und ich gehe jetzt mal ein stück hoch wenn ihr jetzt diese datei hier in diesen ordner reinschiebt dauert das ein bisschen und dann könnte es wieder abstöpseln und dann ist das auch erledigt und dann könnt ihr das nachher auch wieder löschen das ist da kein problem so macht ihr das dann auch mit dem empfänger ich gehe nochmal auf die dji seite und dann hole ich hier diese datei für den transmit mit er für den receiver dann müsst ihr es einfach einmal erlauben und dann könnt ihr es schon mal runterladen ich schiebe das immer hier so kurz rüber also es kam jetzt zwischendurch noch mal eine datei und deswegen können wir das ja immer gemeinsam machen ich hole dann einfach den empfänger raus und dann schließe ich das genauso an wie vorher ich empfehle dir bevor ihr den empfänger anschließt den sender einmal rauszuschmeißen ihr könnt denn hier draufklicken oder wo auch immer und dann hier auf den auswurf und das war's und das gleiche macht ihr dann auch mit dem empfänger ist jetzt kommt jetzt hier gleich also jetzt sieht ihr auch den ordner einmal öffnen und ich habe jetzt hier eben gerade schon das update ausgeführt dann müsst ihr das hier bloß hinein ziehen ich klick das jetzt wieder aus sonst weiß er nicht was er machen soll weil das ist ja schon drauf und ja das war es schon im display das seht ihr auch gleich dass gerade das update erfolgreich passiert und dann war es das auch schon das können wir dann auch entfernen und das war es dann auch schon und ja das ganz einfach ganz simpel und ja dann könnt ihr es auch wieder rausschmeißen heißt leider auch nur nehmen deswegen müsst ihr das immer gucken und dann ja machen wir gleich mal weiter hier seht ihr gerade dass das update ausgeführt wird das kann ein bisschen dauern hier sieht man das bei den sendern sieht man das leider nicht aber es funktioniert genauso ich hoffe ihr konntet davon einiges mitbekommen oder wie das funktioniert ich bin insgesamt begeistert und in der artikelbeschreibung schreibe ich euch die einzelnen preise hin von diesen einzelnen geräten und auch einmal so ein komplettes set und dann wie gesagt müsst ihr das selber entscheiden wer was kaufen möchte oder wer das nutzen möchte in welcher zusammenfassung wie gesagt das ist auch gut geeignet für podcast oder wenn man jemand interviewen möchte also echt super das weiß ja habe ich falls wenn man sich eine trauung ist dann fällt das nicht so auf oder wie auch immer und wie gesagt beide haben schön den gleichen speicher die sache sind ja identisch nur dass das eine prl weiß ist und das andere ist ja so schwarz durchsichtig was ich persönlich richtig richtig gut finde dann würde ich auch sagen dann soll es hier gewesen sein und wir sehen uns im nächsten video ganz bestimmt euer technik ja wenn euch das video gefallen hat denn ein daumen hoch bleibt mich teilt mich wenn euch das video nicht gefallen hat drei daumen hoch und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techdev